Wenn ich auf diesen Platz immer komme, dann ist es wie meine zweite Heimat. Es macht einfach immer Spaß, da hochzufahren, weil man nette Kinder und nette Teamer kennenlernt und einfach elf schöne Tage mit ihnen verbringt. Im Alter von neun Jahren war Valentin Strehlau-Schirmitz das erste Mal im Zeltlager in Plösberg. Mittlerweile ist er 21 und macht im Evangelischen Jugendwerk im Dekanat Weiden sein freiwilliges soziales Jahr. Seit 2017 fährt Valentin als Teamer mit ins Zeltlager. Das heißt, er ist dort Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen. Den Zeltplatz des evangelisch-lutherischen Dekanates Weiden in Plösberg gibt es bereits seit 40 Jahren. Eine lange Zeit, in der immer mal wieder Sanierungsarbeiten anstehen, verrät Dekanatsjugendreferent Thomas Fitztum. Also wir haben hier unsere Sani-Baracke. Das ist eine Unterkunftshütte, wo Teamer schlafen können, als auch Kinder, die erkrankt sind. Die muss erneuert werden. Und das größte Ding natürlich ist unser Küchengebäude, weil das so gebaut wurde für Zeiten, wo die Zeltlager kleiner waren und das natürlich den heutigen Essgewohnheiten auch nicht mehr entspricht. Darüber hinaus müssen die Stromleitungen erneuert werden. Für die Modernisierungsmaßnahme ist eine knappe halbe Million Euro angesetzt. Eine Summe, die erst einmal gestemmt werden muss. Daher war zunächst lange die Überlegung, ob man wirklich investieren soll, erklärt Dekan Dr. Wendrich Slenska. Die Summe, die investiert werden muss von knapp einer halben Million, ist natürlich sehr hoch. Deshalb haben wir viel hin und her überlegt. Aber das eine ist, dass diese Zeltlager immer noch sehr, sehr gut ankommen bei Kindern und Jugendlichen. Auch die Eltern sind begeistert. Und ich glaube, das ist etwas, womit man die nächste Generation unterstützen kann. Mit öffentlichen Geldern, Rücklagen und diversen Zuschüssen möchte die evangelische Jugend im Dekanat Weiden die Kosten der Baumaßnahmen stemmen. Darüber hinaus hofft der Dekanatsjugendreferent Thomas Fitztum aber auch auf Spendengelder. Sein Spendenziel ist mindestens 25.000 Euro. Deshalb haben wir die Spendenaktion der Goldene Kochlöffel ins Leben gerufen. Und da hoffen wir natürlich, dass es viele ehemalige Mitarbeitende gibt als auch Teilnehmende, die einfach sagen, ich habe hier eine so gute Zeit erlebt und kann jetzt auch für die nächsten Generationen was sichern und spende. Alle Infos dazu finden Sie im Netz unter www.ej-weiden.de. Beginn der Sanierungsmaßnahmen soll im September diesen Jahres sein. Julia Gruber, Evangelische Redaktion.